Wo ist der Junge? Er und Michael sind mit den Rädern unterwegs. Aber ich hab ihm gesagt, er soll um halb fünf zurück sein. Ich kann den Jungen nirgends sehen. Vivi, komm nach Hause! Wir tun alles, was wir können. Mein Sohn ist acht Jahre alt! Wir haben drei vermisste Jungs aus Holiday Garden. Ist eine sehr heikle Situation. Ich bin im Wald bei diesem Bach, den sie Devil's Den nennen. Ich hab was gefunden. Nein! Nein! Damien Eccles, Jason Baldwin, Jessie Miss Kelly werden wegen der Morde an den drei Jungs angeklagt, die wir am Robin Hood Wald gefunden haben. Offenbar vermuten einige Anwohner ein satanischer Kult könne die Ursache sein. Die sehen aus wie Freaks. So sieht man nicht aus, wenn man ein normaler Mensch ist. Mein Name ist Ron Lax. Ich bin ein Ermittler. Dies Verbrechen ist unvorstellbar. Was, wenn Sie es waren? Und was, wenn nicht? Haben Sie einen der drei Jungs getötet? Nein. Jedes Mal, wenn hier in der Gegend was Merkwürdiges passiert, schieben es die Leute auf Teufelsanbeter. Haben Sie je etwas herausgefunden, was diese Morde mit Damien verbindet? Wie so eine Verurteilung nicht erfolgen sollte? Weil ich unschuldig bin. Da war Blut am Messer? Die tun einfach alles, damit die Leute sagen, was sie von ihnen hören wollen. Wer drei Achtjährige tötet, fühlt sich gut? Der Täter hat sich dabei gut gefühlt. Der Satanismus ist da draußen! Für die Polizei, den Richter, für alle ist das nur eine Art von Spiel. Wir tun, was nötig ist. Vielleicht beweisen wir, dass die Polizei nie die wahren Täter finden wollte. Wollen Sie, dass drei weitere Familien ihre Kinder verlieren? Ich weiß es nicht mehr.